Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum Konen Battle Pass bzw. den Herausforderungen. Ihr seht im Hintergrund diese seltsam aussehende Dame, sage ich jetzt mal. Und zwar ist das ein Sturmboss. Ich habe leider noch nicht herausgefunden, wie man diese Events überhaupt findet. Geschweige denn, wie man sie triggert oder ob die von selber kommen oder wie auch immer. Wenn ihr aber so wie ich nicht darauf warten möchtet, endlich herauszufinden, wie man solche Events macht, habe ich einen kleinen Tipp für euch. Und zwar geht es um die Herausforderungen. Ich habe sie jetzt schon mal abgeschlossen. Einen Sturmboss besiegen. Das ist eine legendäre Herausforderung und gibt 150 EP. Mit meiner Lösung könnt ihr das leider nur im Admin-Modus machen. Also ihr könnt es so nicht machen, weil wie gesagt, ich habe noch keine Möglichkeit herausgefunden, wie man diese Sturmereignisse, diese Events, wenn die sich glaube ich, überhaupt aktivieren kann. Beziehungsweise wo sie sind, weiß ich. Aber wenn ich da hingehe, ist nie ein Event aktiv. Deswegen, ich habe da leider keine weiteren Infos zu. Ja, entsprechend möchte ich euch kurz zeigen, wie ihr die gute Dame hinter mir spawnen könnt. Ich muss die mal eben lahmlegen, weil die mir etwas zu laut ist, ehrlich gesagt. So, wenn ihr im Admin-Modus seid, dann drückt ihr Shift und Einfügen. Dann habt ihr diese Seite hier. Dann geht ihr auf NPC spawnen. Und dann gibt es mehrere Sachen. Ihr könnt zum Beispiel Moon eingeben. Das ist eigentlich das Einfachste. Und diese Dame in Anführungszeichen heißt Event Blood Moon Beast Boss. Wenn ihr diesen Boss spawnt und dann tötet, dann werdet ihr auf jeden Fall durchkommen mit dieser Herausforderung. Ja, ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen. Wie gesagt, ich habe leider noch keine normale Art und Weise gefunden, das Ganze zu machen. Es geht im Moment nur im Admin-Modus für mich persönlich. Wenn ihr irgendwo genauere Infos habt, schreibt es gerne unter die Kommentare. Ansonsten gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Ganze weitergeholfen hat. Und schaut euch auch gerne die anderen Videos zum Thema Battle Pass an. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.